Herzlich Willkommen Leute, heute mein Auswandern Video, was ich gelernt habe vom Auswandern. Ich bin ausgewandert, ich bin von Deutschland auf eine Insel ausgewandert nach Zypern und bin dann wieder zurückgewandert. Und ich erkläre euch heute mal, was ich gelernt habe beim Auswandern. Ich werde euch hier auch, ganz wichtig, meine Playlist verlinken mit allen Auswandern Videos. Und ich glaube, ich muss niesen und auf jeden Fall möchte ich heute erzählen, was ich gelernt habe, Leute. Also ganz grob zusammengefasst erstmal, Auswandern ist schwierig, okay? Es ist schwierig, es ist nicht, es kommt natürlich immer ganz anders, als wie man denkt. Das ist ganz klar, ich bin nach Zypern gegangen mit ganz anderen Erwartungen. Und als ich dann da angekommen bin und dort angefangen habe zu leben, ja, und das ist das Allerwichtigste, als ich angefangen habe zu leben, hat sich da, so gesagt, was ganz anderes offenbart, ja. Und es war gar nicht so, wie man gedacht hat. Das ist auch der Grund, warum die allermeisten Menschen, die irgendwann mal auswandern, wandern wieder zurück. Ja, es ist über 50% aller Menschen, die auswandern, wandern irgendwann wieder zurück. Und das liegt einfach daran, dass du nicht wissen kannst, wie du dich fühlst in einem anderen Land, ja. Du entwickelst einfach ein Gefühl, das ist schwer zu beschreiben, wenn du nicht ausgewandert bist und du lebst jetzt in deinem Land, wo du schon immer lebst, dann fühlst du dich einfach wohl, dann ist das deine Heimat, verstehst du so. Und wenn du dann auswanderst, dann entsteht so ein Gefühl, ja, es gibt, das ist jetzt nicht Kulturschock. Kulturschock ist nochmal was ganz anderes. Kulturschock, den hast du ganz am Anfang, wenn du in ein anderes Land auswanderst, weil da kommt so viel auf dich zu auf einmal, ja, du musst dich da melden und alles ist anders. Die Wohnung sieht anders aus, der Boden ist anders, die Luft ist anders, die Menschen sind anders. Und das alles am Anfang macht einen ziemlich fertig, das nennt man Kulturschock. Kulturschock, den hatte ich auch so ein bisschen, obwohl, was heißt so ein bisschen, den hatte ich eigentlich ziemlich stark, also ein, zwei Tage hatte ich da, da war ich wirklich am Taumeln und wollte einfach nur noch alles abbrechen, aber habe es dann doch durchgezogen, ich war ja ungefähr ein halbes Jahr lang ausgewandert auf einer Insel und es hat nicht geklappt. Und das Schwierige am Auswandern ist auch einfach, dass es bei mir so passiert ist, ja, ich habe vorher gedacht, ich mag das Meer, ich will am Meer leben und so bin ich auf einer Insel gezogen ans Meer und habe am Meer gelebt, ja, und habe dann festgestellt, als ich dort gelebt habe, eine längere Zeit, dass es gar nicht das ist, was ich will, okay, und das kannst du nicht vorhersehen. Wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland lebst und du sagst, ich will irgendwo nach Afrika, den Urwald, ja, ich träume immer vom Urwald und ich gucke mir Videos an über Urwald und dann ziehst du irgendwann nach Afrika irgendwo in den Urwald und dann merkst du irgendwie nach ein paar Monaten, dass es doch nicht, dass das ist, was du willst, auch wenn du vorher im Urlaub warst. Ich war ja auch am Meer im Urlaub schon ganz, ganz oft in meinem Leben, in Spanien, in verschiedensten Ländern war ich am Meer und fand immer das Meer super toll und so, aber, und das ist der allerwichtigste Punkt, es ist ein unfassbar großer Unterschied, ob du irgendwo Urlaub machst oder ob du irgendwo lebst für immer, ja, das ist ein unfassbar großer Unterschied und das ist auch das Hauptproblem überhaupt beim Auswandern, dass dieser Unterschied, ja, ganz genau das ausmacht, was dich am Ende dann doch zurückwandern lässt, ja, weil ich habe dann am Meer gelebt, dachte am Anfang, toll, toll, toll und dann so nach einer Zeit, so ein Monate, zwei Monate, denkst du dir irgendwann, also bei mir war das so, du siehst das Meer, das Meer sieht immer gleich aus, das ist einfach nur blau, ja, der Himmel ist blau und Steine sind da oder Sand und du gehst jeden Tag dahin und es ist immer das Gleiche, es ist immer, immer das Gleiche, immer das Gleiche und irgendwann konnte ich das Meer nicht mehr sehen, ja, ich wollte schon gar nicht mehr rausgehen, weil ich dachte auch nicht wieder da ans Meer und ich war an verschiedenen Stellen, aber es ist ja immer gleich, es sieht ja immer gleich aus, ja, und so habe ich nach Monaten erfahren, durch das Leben am Meer, habe ich erfahren, dass ich das nicht will, ich will nicht am Meer leben, ja, und das kannst du nur lernen, wenn du wirklich das tust, ja, und das ist halt das Problem beim Auswandern, du musst auswandern, um zu scheitern, so gesagt, und wenn du gescheitert bist, hast du für dein Leben etwas gelernt, ja, das ist bei mir passiert und ich habe gelernt, dass ich nicht dort leben möchte und dass das Meer nicht das ist, was mich glücklich macht, okay, und deswegen bin ich dann zurückgewandert und habe gelernt, dass es sehr schwierig ist auszuwandern, weil alles ganz anders ist, als wie man denkt, ja, und ich habe mir hier auch ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich so ein bisschen durchgehen will, die Sache, was mir dann auch viele natürlich vorgeworfen haben, ist, du musst vorher Urlaub machen, ja, und ich sage euch, warum das nicht funktioniert, ja, ich habe auf diese Kommentare nie geantwortet, weil braucht man nicht jedem Einzelnen zu schreiben, aber ich erkläre euch mal, warum das nicht geht. Wäre ich vorher nach Zypern ausgewandert, in ein Hotel, in eine Villa da am Strand, ich habe da so unglaublich geile Villen gesehen und Hotels und alles am Strand mit Zyper, Sandstrand und alles, wäre ich dahin ausgewandert, ja, für drei Wochen oder sowas und würde dort leben, dann hätte ich ein komplett anderes Leben gehabt, als wenn du dort lebst, das ist ja was ganz anderes, ja, und das ist das Hauptproblem, genau, ich war ja auch, ich habe ja erstmal keine Wohnung gefunden und habe im Hotel gelebt erstmal, wie lange habe ich im Hotel gelebt, zwei Wochen, drei Wochen oder was auch immer, ja, und die Hotelzeit, die war mega geil, ja, die hat voll Bock gemacht, ich bin da rumgelaufen, immer am Meer entlang und habe da meine veganen Sachen gegessen, ja, und mit Juhl-Datteln zum ersten Mal probiert und war am Hafen immer und habe da diese ganzen Leute gesehen und war voll cool, ja, aber dann bin ich in meine Wohnung gegangen, ja, nach der Hotelzeit und habe angefangen, in meiner Wohnung zu leben, ja, und das Leben war ganz anders als das Hotelleben, okay, und das ist halt der Punkt, Leute, du kannst nicht sagen, du musst erstmal das Land bereisen und dann weißt du, wie das dort ist, nee, weißt du nicht, weil du lebst in einem Hotel oder was auch immer, Airbnb auch, das ist ja alles so gesagt gestellt, das ist ja alles dafür gemacht, dass dort jemand lebt, das ist ganz besonders sauber, da wird sich ganz besonders um dich gekümmert und, 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 das trifft aber nicht auf dich zu, wenn du dir irgendwo eine Wohnung nimmst und dort lebst, dann trifft das nicht auf dich zu, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob man irgendwo lebt oder irgendwo wohnt, ja, oder ob man irgendwo Urlaub macht oder irgendwo lebt, ja, das ist ein himmelweiter Unterschied und das ist ganz genau das Problem mit dem Auswandern, du kannst nicht einfach irgendwo hingehen, wäre ich nach Zypern gegangen, einfach mal für drei Wochen Urlaub, wäre zurückgekommen, da hätte ich immer noch gesagt, ich will dahin auswandern, ja, das hätte nichts geändert daran, dass ich am Ende doch scheitere mit dem Auswandern, okay, und das ist halt das Problem, Leute, deswegen bringt das nichts zu sagen, ja, deswegen sollte man das Land vorher bereisen, ja, das ist das absolute Unsinn, ja, das bringt nichts, meiner Meinung nach, okay, die andere Sache ist, was ist mit dem Geld, wie viel kostet das, es ist nicht teuer, in ein Land auszuwandern, ja, von Deutschland in ein Land auszuwandern, ist nicht teuer, das was schweineteuer ist, ist das Zurückwandern, das ist schweineteuer, ich erzähle euch mal, wie viel so etwas kostet, ja, und zwar hier geht es nur um Paketversand, ja, also, also, pass mal auf, wenn du ein Paket verschickst von Deutschland nach Zypern, ein 20-Kilo-Paket, ja, ich hatte da Mixer drin und ein PC-Netzteil und solche Sachen, halt Küchenzeug und so, und ich habe das mit DHL verschickt, ja, das Paket, also, ich fasse nochmal zusammen, ein Paket, ein 20-Kilo-schweres Paket von Deutschland nach Zypern, kostet 40 Euro, ja, kein Problem, ja, günstig sogar, würde ich sagen, aber jetzt haltet euch fest, ja, und darauf habe ich nicht geachtet, als ich zurückgewandert bin, dachte ich, oh ja, kostet 40 Euro und ich hatte drei solche Pakete und jetzt dachte ich, naja, pro Paket 40 Euro wieder zurücksenden, auch mit DHL, da ist die DHL-Stelle, war bei mir dann direkt und, ja, bin ich zu dem Typen hingegangen, habe dem gesagt, ja, ich möchte die drei Pakete wieder zurückschicken und da hat er mir mal die Preisliste gezeigt und was ich nicht wusste, ist, dass, obwohl das derselbe Versand ist, ja, derselbe Versandservice, haben die komplett andere Preise, wahrscheinlich in jedem Land komplett andere Preise und jetzt kostet ein Paket nicht mehr 40 Euro, sondern, und jetzt haltet euch fest, ein Paket, 20 Kilo kostet von Zypern nach Deutschland, kostet 400 Euro pro Paket, ja, und da dachte ich mir dann, oh ja, drei Pakete, dreimal 400 Euro, ja, 1200 Euro für drei Pakete verschicken, ja, und das geht dann mächtig ins Geld, ja, das ist das Problem, da musst du dir auch wirklich ordentlich Geld mitnehmen oder wirklich vorher checken, ja, kann man auch nicht vorher checken, dir werden Leute Zeug erzählen, das nicht stimmt, erst wenn du im Land bist und wirklich zurückwandern willst, dann wirst du den realen Preis erfahren, weil, ja, was Leute über ein anderes Land erzählen, ist, mir wurde da auch nur Positives erzählt und am Ende war das, war da nicht so viel Positives, also, ja, wie man so schön sagt, wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, musst du es selber machen, ja, und du musst selbst dahin gehen und lernen, so gesagt, okay, es ist sehr schwierig und auf jeden Fall, das muss man wissen, dass in Ländern, auch wenn es derselbe Versandpartner ist, hast du komplett andere Kosten, ja, die völlig horrend sind, ich habe das natürlich am Ende dann nicht gemacht, ich habe das anders geregelt, mein Zeug verkauft und so, weil ein Paket hatte nicht mal den Wert von 400 Euro, also, ich hätte dieses Paket verschenken können und in Deutschland neu kaufen und das hätte mich unter 400 Euro gekostet, ja, alles neu zu kaufen wäre günstiger und auf jeden Fall, das war einfach nur unglaublich, ich habe da auch andere UPS und diese ganzen anderen Lieferservice gefragt und da waren Preise, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ging dann wirklich so schon in Richtung 2000 Euro für die drei Pakete, also, das kann sich keiner vorstellen und, ja, das muss man auch noch beachten und als Lösung dann oder noch ein paar kleine Tipps so nebenbei, ja, die Sache ist auch die, ich bin ins Land gekommen und auf einmal war die Luft schlecht, ja, an sowas denkt kein Mensch, ich war da und es hat nach Abgasen gestunken einfach und wenn es nicht nach Abgasen gestunken hat, dann hat irgendjemand draußen einfach Äste verbrannt oder sowas und es hat immer nach Verbranntem gestunken, es hat immer nach irgendwas gestunken, ja, ich habe mich dann irgendwann daran gewöhnt, danach habe ich irgendwie gar nichts mehr gerochen, so die letzten Monate, ich glaube, ich habe mich da einfach nur daran gewöhnt und das sind einfach so Kleinigkeiten, die kannst du nicht wissen und die, auch das mit der Luft, das betrifft dich nicht, wenn du in einem Hotel lebst, du lebst am Meer, da ist andere Luft, verstehst du, ich wohne auch am Meer, aber nicht direkt am Meer, sondern so ungefähr einen Kilometer oder sowas entfernt von Meer, siehst du, und das ist alles ganz anders, ja, du kannst dort nicht Urlaub machen und dann sagen, ja, ich habe dort, ich war schon dort, ich weiß, wie es dort ist, weißt du nicht, ja, weißt du nicht und deswegen hier die einzige Lösung, die mir einfällt, wenn jemand sagt wirklich, er möchte sicher auswandern, ja, so, dass sicher ist, dass er nicht wieder zurückwandern, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit und zwar, dass du, das ist eine sehr aufwendige Möglichkeit, ja, dass du in das Land, in das du auswandern willst, dort dir eine Wohnung suchst in Kurzmiete, ja, also es gibt ja Long-Term-Rent, ja, du musst dann Short-Term-Rent wählen und dann musst du dort in einer Wohnung leben, ja, und Minimum ein Monat, besser zwei oder drei Monate, aber das geht ja gar nicht, weil man muss ja arbeiten und sowas, das geht ja alles gar nicht, aber das ist die einzige Lösung, die mir auch einfällt, wo man wirklich dann sicher sein kann, ja, ich will in dieses Land auswandern und zwar gehst du dann dorthin und dann musst du einen Mietvertrag machen, musst Internet dir bestellen, das musst du alles nicht machen, wenn du Urlaub machst, das auch wieder, seht ihr, dass das ein massiver Unterschied ist, ja, Urlaub machen ist was komplett anderes, ja, wenn du wirklich wissen willst, wie es in einem Land wirklich ist, dann musst du dort leben für ein paar Monate am besten, Minimum ein Monat, okay, und dann lebst du zum Beispiel in so einer Short-Term-Rent-Wohnung für, sagen wir mal, drei Monate und nach drei Monaten, wenn du dort wirklich gelebt hast, du hast deine Wäsche gewaschen, mit deiner eigenen Waschmaschine, nicht irgendeinem Waschservice oder sowas, außer du willst den Waschservice dein Leben lang machen und du hast Internet bestellt, du hast dich angemeldet, du hast diese ganzen Sachen gemacht und wenn du dann dort gelebt hast für ein paar Monate und dann sagst, ja, ich war jeden Tag am Stand, das hat mir gefallen und nach drei Monaten sagst, ja, ich will das für den Rest meines Lebens machen, dann wanderst du aus, ja, also dann gehst du zurück in dein Land, machst dort alles fertig, nimmst dann finally alle deine Sachen mit und wanderst dann gezielt aus, ja, diese ein, zwei, drei Monate auswandern, Test auswandern, so gesagt, da musst du ja nicht alles von dir mitnehmen, das ist wirklich einfach nur so ein Test, ob du wirklich dort leben willst für den Rest deines Lebens, da musst du ja nicht komplett auswandern, sondern nimmst nur die Sachen mit, die du für diese paar Monate brauchst, aber das ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, Leute, falls ihr sicher gehen wollt, dass ihr auswandern wollt, ansonsten, ja, das ist ganz genau der Grund, warum, das macht ja niemand, ja, weil das viel zu aufwendig ist und das ist ganz genau der Grund, warum so viele Menschen zurückwandern, ja, mehr als 50% aller Menschen, weil das einfach alle unvorhersehbare Sachen dort eintreffen, ja, und das mit der Luft ist ja nur eine Sache, auch das mit dem Schmutzen, da so viele Baustellen und Straßen kaputt und das sind alles Sachen, die siehst du in deinem Urlaub auch gar nicht, ja, das ist alles sehr, sehr schwierig, du musst wirklich dorthin und dort leben, um zu wissen, ob du dort wirklich den Rest deines Lebens verbringen willst, das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, okay, von daher, ähm, das kann ich euch zum Auswandern sagen, das habe ich vom Auswandern gelernt, ja, es ist sehr schwierig, ja, kann man, kann man nicht anders sagen und, ähm, aber hier kann ich nochmal sagen, äh, ich habe das natürlich, ähm, naja, vielleicht auch so ein bisschen gewusst, dass das, äh, schief gehen kann, weil ein komplett anderes Land, ich war da noch nie und ich habe es einfach gemacht und um ehrlich zu sein, würde ich das ganz genauso nochmal machen, ja, ich habe, man kann nicht sagen, von meinen Fehlern gelernt, ja, weil ich würde es ganz genauso anders genauso nochmal machen, weil es ist nicht möglich, dafür ein paar Monate hinzugehen, ja, das funktioniert einfach nicht und, äh, wenn ich nochmal auswandern würde, was ich nicht denke, ich denke, ich bin hier erstmal gut aufgehoben und, äh, aber wenn ich es nochmal versuchen würde mit dem Auswandern, würde ich es wahrscheinlich ganz genau gleich machen, ja, Try and Error, ich würde einfach auswandern, ich würde einfach, genau, genau wie ich das gemacht habe vorher, meine Sachen packen, äh, ich bin ja ausgewandert innerhalb von kürzester Zeit, zwei Wochen oder so war ich weg aus Deutschland und genauso würde ich das, glaube ich, nochmal machen, ja, ich würde einfach meine Sachen packen und einfach hin auswandern, ja, mit meinen ganzen Sachen auswandern und dann gucken und dann hoffen, dass es klappt, es hätte ja auch klappen können, ja, ganz klar, ich, äh, ich hätte auch nach Zypern gehen können und es hätte alles klappen können, aber hat es nicht, ja, so wie bei den allerallermeisten Menschen nicht und von daher, Leute, das kann ich euch sagen, ja, sollte man nicht unbedingt machen, würde ich sagen, so wie ich, ja, einfach das machen, aber ich sehe da nicht viele andere Möglichkeiten, wie gesagt, außer dieses Leben dort für ein paar Monate, was sich als schwer entpuppt, weil das sehr aufwendig ist alles und, äh, ja, das kann ich euch sagen, das habe ich gelernt vom Auswandern, Leute, äh, ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Ideen geben, vor allem, wenn ihr auswandern möchtet, überlegt euch das ganz, ganz gut, ja, und geht da wirklich in das Land vielleicht und lebt dort erstmal ein bisschen, falls das irgendwie machbar ist, ansonsten ist das alles sehr, sehr schwierig. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, äh, ich hoffe, das war interessant für euch, ich hoffe, ihr konntet da irgendwas mit, ähm, mitnehmen für euch und wir sehen uns beim nächsten Video, das sich garantiert drehen wird um Ernährung. Peace out.